hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ja noch mal dino zeitreise wollen noch einmal aufmachen beziehungsweise das vorletzte mal wir nehmen hier wieder die eier aus mit den dinoeiern hier ist das spielzeug den code gibt es nachher ja und heute bin ich wirklich mal gespannt ob ich wieder dieselben dinos drin habe die schon bei den anderen paketen auch alle drin hatte hier haben wir von natur wieder diese doppelfecher sage ich mal gehst du denn da rein na binge tja das ist auch so spielzeug was nicht passt ich finde es langsam finde ich es aber nicht mehr schön was hier ferrero so an zeug hier produziert das ist absolut nicht mehr schön so hier haben wir von sprint die so ganz komische motorräder ich baue das mal schnell zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder so so sieht dieses komische teil aus und jetzt kommen wir zu den dinos bin ich wirklich mal gespannt was hierbei jetzt rauskommt jetzt klappert es klappert und es ist leute ey das ist doch nicht mehr schön das ist echt nicht mehr schön also so langsam langsam aber sicher komme ich mir von ferrero richtig richtig verarscht vor ich bin schon ganz gespannt was hier drinnen ist oh yeah es klappert ein bisschen mehr muss ich dazu noch mehr sagen nein muss ich nicht ok ihr kriegt den code dann könnt ihr wenigstens da mal reingucken ich hoffe ja nur dass sich die geschichten nicht ewig wiederholen so hier habt ihr den code schreibt ihn euch ab oder tippt ihn gleich ein die ersten 10 können sich das gratis anhören ja teller baue ich für so einen schrott hier nicht mehr auf das hat sich gegessen trotzdem bedanke ich mich fürs zuschauen und sage tschüss bis zum nächsten mal weil das ist die Kerche drei und sage mal also drei vier 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 vier